wir wollen doch mal dieses beispiel eine antennenmessung mit dem programm multisim durchspielen wir haben ein generator mit 14 megahertz und der spitzenspannung 10 volt hier kommen wir das sehen zwei kästchen auf 5 volt der generator in wir stand ist 50 ohm und wir wollen diese antenne bestehend aus l2 und r3 an 50 ohm anpassen die impedance beträgt 350 ohm plus 425 ohm zur anpassung nehmen wir diesen kreis aus l1 und c1 das ist ein serienkreis an dieser stelle hier an dem verbindungspunkt müsste eine sehr viel höhere spannung zu messen sein das wollen wir doch mal gucken so da sehen wir jetzt hier die spannung ist weitaus höher als die eingangsspannung nicht mehr 10 volt sondern fast 20 volt spitzenwert falls die anpassung mit l1 und c1 funktioniert müssten wir hier an dieser stelle zwischen r1 und l1 die hälfte der eingangsspannung messen und zwar phasengleich wenn es 50 ohm sind müssen wir also nun mal die spannung zwischen r1 und l1 die spannung ist auf die hälfte gesunken von 10 volt auf 5 volt spitzenwert und sie ist phasengleich wir haben also eine einwandfreie anpassung an 50 ohm erreicht die antenne mit den werten 350 ohm plus j 425 ohm das ist diese induktivität wird also angepasst an 50 ohm